Hallo Leute, heute gibt es einen Streets Raid. Mit meinem zweiten Account war ich unterwegs und wollte ein bisschen Kohle machen, aber es kam ganz anders. Ich war im Autohandel und dann, ja, am Ende der Runde hatte ich viel Loot und einen neuen Kill-Rekord für Streets. Glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, waren auf jeden Fall einige PMC-Kills. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber es ging richtig zur Sache. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich liveofquitchtisch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Und ich kann Schleimer nicht ausstehen, also bin ich da gebannt. Achso, ich habe hier gar keinen Key. Das ist eine gute Entscheidung, Fabi. Das ist ein Streamer, den ich nicht schaue. Wen juckt's? Das ist eine gute Sache, ich habe hier nichts. es. Wir machen jealous. Was hab ich hier gehört hier vorne Könnte sein, dass er tot ist Hey Hiko Das war's. Okay. Der war gelegen. Ich muss erst mal Ammo machen. Das sind noch mehr. Da ist noch einer. What the fuck, man? Hat er nur zwei Stunden gebaut? Oha. Ah. Und so, Zico. So. Ey, ich dachte eigentlich, dass ich ihm Spray mehr erwische, aber der war halt echt in dem Container gelegen, ne? War gut, dass ich 360er dabei hab. Moin, Adi, Servus. Ah. Ich dachte, Arsch, Mann. Irgendwas soll ich laufen hören. Ich dachte, Arsch, Mann. Ich dachte, Arsch, Mann. Der ist schon drin. Alright. Oh, ne Fünfergruppe. Da kommt noch einer. Außen. Nummer 6, okay. Auf der Treppe ist es ein sauguter Trick, da so zu pieken wie ich, weil wenn die gerade auf der unteren Treppe sind, fangen alle an, sich nach oben zu drehen. Das heißt, ähm, sie aimen nicht in die Ecke da. Vom Timing her, wenn ihr runterkommt und die da genau reinlaufen, ähm, ist am besten. Nächste, vielen Dank für das Follower bekommen. Auf der mittleren Plattform stehen hinten in der Ecke, wenn er hochkommt. BT läuft. Ja. Man muss aber auch so sehen, auf mich hat keiner geschossen. Na? Haha. Also es war kein direkter Fight. Keiner von denen hat nur in meine Richtung geschossen. Mein Helm? Ne, mein Helm hat glaube ich nicht getankt. Der war schon so. Klar, Hemi, komm vorbei. Heute nervt mich mein Rücken extrem, Mann. Sag nicht, was los ist, es ist unnormal. So. Kommen da noch mehr? Okay. Wie genau vor. Gut. Also. Okay. Mmm. cụja. Oh ja. Level 69? The fuck, man. 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 I hab, man. schon so komisch leicht gefühlt da. Scaf Player. Der geht mir auf den Sack. Das war richtig. 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 Wichtigste. Weiß ich zu schätzen. Komm nicht mal. Lass mich in Ruhe. Ach du Scheiß, ich bin sowas von aus der Puste. Ach du Scheiß, ich bin sowas von aus. Werdig, um gut zu wissen. Wundervoll. Werdig, um gut zu wissen. Ich hab keine Ahnung, was hier alles drin ist. Oh, HSBP, ne? Oh, der ist, das ist... Shit, hier kommt was. Liebe, liebe Scavs, lasst mich einfach in Ruhe zum Damaged House. Wie wär's. Alright, ich glaub, so viele Kills hatte ich noch nie, noch nie, äh... im Autohandel. Ich glaub, das ist die höchste Killrunde auf Streets überhaupt. Ich glaube, das ist die Höchste. Ich glaube, das ist der Höchste. Und ich bin... Und ich bin... Und ich bin... Ja, Kobayas, Servus. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mit einer AK-74 und BT-Armeaux so einen Massaker anrichte. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mit einer AK-74 und BT-Arme auch so einen Massaker anrichtet.